Wilhelm II. mit vollem Namen Friedrich Wilhelm Victor Albert von Preußen aus dem Haus Hohensollern, war von 1888 bis 1918 letzter deutscher Kaiser und König von Preußen. Wilhelm war ein Enkelkaiser Wilhelms I. und ein Sohn Kaiser Friedrichs III. dieser regierte nur 99 Tage, so dass im Dreikaiserjahr 1888 auf einen 90-jährigen und einen 57-jährigen Herrscher der 29-jährige Wilhelm II. folgte. Durch seine Mutter Viktoria von Großbritannien und Irland war Wilhelm Enkel der britischen Königin Viktoria. Mit seiner traditionellen Auffassung vom Kaisertum zeigte Wilhelm, nach Deutung heutiger Historiker, zu wenig Verständnis für die Anforderungen einer modernen konstitutionellen Monarchie. Erst im Oktober 1918 unter dem Druck des sich als verloren abzeichnenden Ersten Weltkriegs stimmte Wilhelm Verfassungsreformen zu, denen zufolge der Reichskanzler das Vertrauen des Reichstags benötigte. Nach Beginn der November-Revolution verkündete Reichskanzler Max von Baden am 9. November 1918 die Abdankung Wilhelms und dessen Sohnes, Kronprinz Wilhelm von Preußen. Der Kaiser hatte sich seit dem 29. Oktober im deutschen Hauptquartier im belgischen Spa aufgehalten. Da die Attate-Mächte seine Auslieferung als Kriegsverbrecher verlangten, floh er von dort direkt in die nahen Niederlande. Königin Wilhelmina gewährte ihm Asyl und verweigerte seine Auslieferung. Wilhelm blieb bis zu seinem Tode in Dorn. Wilhelminische Epoche Die 30-jährige Regentschaft Wilhelms II. Im Deutschen Reich wird als die Wilhelminische Epoche bezeichnet. Wesentliches Merkmal war das Streben des Kaisers, das Reich als politische Größe unter den bestehenden Weltmächten zu sichern. Als deutscher Kaiser sah er seine Aufgabe darin, allzeit mehrer des Deutschen Reichs zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiet nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung, wie sein Großvater Wilhelm I. formuliert hatte. Wilhelm II. legte viel Wert auf internationales Prestige. Eng verbunden mit diesem Anspruch war die militärische Aufrüstung des Kaiserreichs sowie die Forcierung der Kolonialpolitik in Afrika und der Südsee. Dies und die Verwicklung des Deutschen Reichs in verschiedene internationale Krisen führten zu einer Destabilisierung der Außenpolitik. Die Vorliebe Wilhelms für militärischen Punkt, die sich beispielsweise in zahlreichen Paraden zu den unterschiedlichsten Anlässen ausdrückte, führte auch gesellschaftlich zu einer Überbetonung des Militärs und der militärischen Hierarchie bis hinein ins zivile Leben der deutschen Gesellschaft, in der für eine berufliche Laufbahn nicht nur im Verwaltungsapparat die Ableistung des Militärdienstes und der militärische Rang eines Menschen von entscheidender Bedeutung war, einen Rang als Reserveoffizier innezuhaben galt im wilhelminischen Bürgertum als Eintrittskarte in die bessere Gesellschaft, ebenso war das Fehlen eines militärischen Ranges ein Karrierehindernis. Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands während Wilhelms Regentschaft verbunden mit technologischem, naturwissenschaftlichem und industriellem Fortschritt begünstigte eine auch vom Kaiser mitgetragene, allgemein verbreitete Technik und Fortschrittsgläubigkeit. Innenpolitisch setzte er die für ihre Zeit als modern und fortschrittlich geltende Sozialpolitik bis Marx fort und erweiterte sie. Er setzte sich für die Abschaffung des Sozialistengesetzes ein und suchte, teilweise erfolglos, den Ausgleich zwischen ethnischen und politischen Minderheiten. Wilhelm II. wollte sowohl die Innen- als auch Außenpolitik des Reiches wesentlich stärker beeinflussen als sein Großvater Wilhelm I. Das persönliche Regiment des Kaisers war jedoch oft eine von häufig wechselnden Beratern gesteuerte Politik, die die Entscheidungen Wilhelms auch im Urteil der meisten Historiker oft widersprüchlich und letztlich unberechenbar erscheinen ließen. Die Marokko-Krisen und die Erklärung des unbeschränkten U-Boot-Krieges sind nur zwei Beispiele für Entscheidungen, die den Ruf des Kaisers heute nachhaltig belasten. Auch war seine Amtszeit von politischen Machtkämpfen zwischen den einzelnen Parteien geprägt, die es den amtierenden Kanzlern schwer machten, längerfristig im Amt zu bleiben. So wurden im Kampf zwischen dem sogenannten national-liberal-konservativen Kartell und den Sozialdemokraten fünf von sieben Kanzlern unter kritischem Mitwirken des Reichstags vom Kaiser entlassen. Während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 wurde Wilhelms strategische und taktische Unfähigkeit offenbart. Ab 1916 enthielt er sich zunehmend relevanter politischer Entscheidungen und gab die Führung des Reiches faktisch in die Hände der obersten Heeresleitung, namentlich in die der Generale von Hindenburg und Ludendorff, die die konstitutionelle Monarchie während der letzten Kriegsjahre mit starken Zügen einer Militärdiktatur versahen. Als sich Wilhelm II. in Folge der November-Revolution, die zum Ende der Monarchie und zur Ausrufung der Weimarer Republik führte, zur Abdankung bewegen ließ und in die Niederlande ins Exiel ging, hatte das deutsche Kaiserreich den großen Krieg bereits verloren. Etwa zehn Millionen Menschen waren auf den Schlachtfeldern gefallen. Leben bis zum Herrschaftsantritt, Kindheit und Jugend als ältester Sohn des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen und dessen Frau Viktoria, die 1861 zum Kronprinzenpaar wurden, war Wilhelm Enkel der britischen Königin Viktoria sowie in Folge der Verbindung seiner Großtante Charlotte mit Nikolaus I. Von Russland auch ein Cousin II. Grades des Zaren Nikolaus II. Bei der Geburt des Prinzen im Berliner Kronprinzenpalli waren, wie bei Thronfolgergeburten üblich, hohe Beamte anwesend, um die Geburt zu bezeugen. Doch es gab Komplikationen. Er kam als Steißgeburt zur Welt und überlebte nur durch den als Ultima Ratio hinzugezogenen Direktor der Entbindungsanstalt im Charité-Krankenhaus Berlin. Professor Eduard Arnold Martin und durch das koagierte Eingreifen einer Hebamme, die das scheinbar leblose Baby ganz gegen das Protokoll mit einem nassen Handtuch schlug. Professor Martin musste die seit Stunden verschleppte Geburt voranbringen und wendete dafür das in dieser Anwendung neuartige Narkosemittel Chloroform an. Er drehte den Thronfolger in Trauterin und schaffte es, die Beine voranzubringen, so dass der Gesäß und der Unterleib hervortraten. Der Nabelschnurpuls war fast nicht mehr fühlbar, daher musste der Geburtsvorgang beschleunigt werden. Es gelang Martin noch den linken Arm zu wenden und parallel zum Torso zu legen, um dann mit kräftigem Zug den Kopf mit dem noch hochgeschlagenen rechten Arm zu entbinden. Infolge der stundenlangen fruchtlosen Wehen und der dann zügig zu bewerkstelligenden Notentbindung überlebte der Säugling zwar, aber es kam zu einer linksseitigen Armplexuslähmung. Einige Tage danach bemerkte man, dass das Kind diesen Arm nicht bewegen konnte. Der Arm blieb fortan in seiner Entwicklung deutlich zurück und war im Erwachsenenalter deutlich kürzer als der Rechte und nur eingeschränkt. Beweglich. Es bleibt bis heute umstritten, ob Professor Martin dem Kind das Leben rettete oder die Behinderung zu verantworten hatte. Keinen gesunden Thronfolger geboren zu haben, empfand Viktoria als persönliches Versagen und sie war nur schwer bereit, die Behinderung des Sohnes zu akzeptieren. Kaum etwas blieb unversucht, seine Behinderung zu beheben. Legendär sind Kuren wie das Einnähen des Krankenarmes in ein frisch geschlachtetes Kaninchen oder Metallgerüste, die Wilhelm umgeschnallt wurden, um seine Haltung zu verbessern. Auf Fotografien versuchte man, die körperliche Behinderung dadurch zu kaschieren, dass der linke Arm auf dem Säbelkorb ruhte oder im Ärmel versteckt wurde. Wilhelm, von Geburt derart behindert, verbrachte laut eigenen Aussagen eine recht unglückliche Kindheit. Wie im Hochadel üblich, traten seine Eltern als unmittelbare Erzieher ganz hinter seinem kalvinistischen Lehrer Georg Ernstens Peter zurück. Als Siebenjähriger erlebte er den Sieg über Österreich 1866 mit der daraus resultierenden Vorherrschaft Preußens in Deutschland. Mit zehn Jahren, im damals üblichen Kadettenalter, trat er beim 1. Garderegiment zu Fuß formell als Leutnant in die preußische Armee ein. Als Zwölfjähriger wurde er mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches nach dem Sieg über Frankreich 1871 auch zweiter Anwärter auf den Deutschen. Kaisertrun und erhielt mit der Atlantik ein eigenes Bereisungsschiff. Militärdienst und Ausbildung Nach dem Abitur am Friedrichsgymnasium in Kassel trat er am 9. Februar 1877 seinen wirklichen Militärdienst bei seinem Regiment, der 6. Kompanie unter Hauptmann von Petersdorf an. 1880 wurde er am 22. März, dem Geburtstag seines Großvaters Kaiser Wilhelm I., zum Hauptmann befördert. Bereits in diesen Jahren bildete sich bei ihm ein Verständnis einer monarchischen Rolle, das den liberal-konstitutionellen Vorstellungen seiner Eltern zuwiderlief. Seine folgenden Lebensstationen sind unter dem Aspekt einer Erziehung zum Monarchen zu sehen. Er sollte möglichst vielerlei Erfahrungen sammeln, erhielt aber in keinem Feld, nicht einmal im Militärischen, die Chance, sich beruflich solide einzuarbeiten. Zum Studium von vier Semestern von Oktober 1877 bis 1879 bezog er die von seinem Urgroßvater gegründete rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. Bonn 1878 wurde er Korbsschleifenträger der Borussia Bonn. 1881 heiratete er Prinzessin Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Auch als ein dynastischer Versöhnungsart gegenüber dem von Preußen um seine Herrschaft über Schleswig-Holstein gebrachten Herzogshaus. Bis 1888 war er dann wechselnden Regimentern zugeordnet, dem 1. Garde-Regiment zu Fuß, dann dem Garde-Husaren-Regiment und dem 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiment. Er wurde schnell bis zum untersten Generalsrang befördert und zuletzt Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade. Der Militärdienst wurde immer wieder durch Beurlaubungen unterbrochen, damit er sich auch soweit möglich mit der zivilen Verwaltung vertraut machen konnte. Sehr gründlich konnte dies nicht geschehen, denn immer mehr Eile war geboten. Sein Großvater stand im höchsten Alter, und sein Vater war mittlerweile todkrank. Für die Regierungsgeschäfte war dies weniger problematisch, da bereits seit 1862 Otto von Bismarck zunächst als preußischer Ministerpräsident, ab 1871 als Reichskanzler, die politische Macht fest in seiner Hand konzentriert hatte. Bismarck war nach drei siegreichen Kriegen und als Vereiniger Deutschlands zur stärksten kontinentaleuropäischen Macht ein weltweit respektierter Staatsmann. Wilhelm I. und Friedrich III. hatten ihm gelegentlich widersprochen, aber am Ende stets vertraut. Von diesem Vertrauen hing nach der Reichsverfassung der Reichskanzler auch ab, nicht vom Vertrauen des Reichstags. Bismarck baute selbstbewusst darauf, auch den dritten Kaiser lenken zu können. Das Jahr 1888 ging als Dreikaiserjahr in die Geschichte ein, nach dem Tod Wilhelmsi. Am 9. März 1888 regierte Friedrich III. aufgrund seines bereits fortgeschrittenen Kehlkopfkrebses nur für 99 Tage und starb am 15. Juni in Potsdam.